Und, machen Sie mit mir eine Reise ins ferne Asien, nach China. Kein Problem, kann ich hier alles machen. Ich habe an diesen Tagen eine ganz exotische Ernte gesehen. Die halten wir mal im Film fest. Hat mit Sicherheit, haben mit Sicherheit nur ganz, ganz wenige Leute im Garten. Bleiben Sie dran, wir gehen mal nach China. Das liegt nämlich gar nicht weit weg. Gerade aus dem Garten raus, da liegt China. Das sind nämlich von hier aus nur ein paar Schritte. Hier hinter mir, im ewigen Schatten, liegt mein kleines China. Kennen Sie diesen Strauch hier? Also mit diesen elendlangen Ausläufern hier? Haben Sie den im Garten? Kleine rote Bären. Hallo und herzlich willkommen wieder bei neuschmgarten.de und auf meinem YouTube-Kanal. Ich zeige es dir mal aus der Nähe. Da, die meine ich. Oder hier unten? Sind noch mehr? Das, was nämlich hier ein ewiges Schattendasein fristet, weil hier kommt nie Sonne hin. Die Sonne geht da hinten auf, so rüber. Hier kommt nie Sonne hin. Ist eine Goji-Bäre. Erinnern Sie sich noch? Habe ich vor Jahren mal einen Film darüber gemacht. So eine Wildobsthecke habe ich hier gepflanzt. Mit einer Felsenbirne. Einem Josterstrauch, der riesig groß geworden ist. Mit Sanddorn, der in diesem Jahr wirklich mal Früchte getragen hat. In nennenswerter Menge. Wo allerdings keine Zeit war, sie zu ernten. Und dazwischen an diesem Strauch entlang wächst eine Goji-Bäre. Erstaunlicherweise finde ich nämlich nur hinten an der Schattenseite Beeren. Was hier vorne ist, keine. Das Dingelchen wächst eigentlich jetzt schon seit der Pflanzung da ungehindert vor sich her. Hat keine Schere gesehen. Ich lasse es einfach wachsen. Ein paar Goji-Beeren sind ja dran. Und die gehen wir jetzt pflücken. Wir haben jetzt Anfang November. Und das ist mir erst vor ein paar Tagen aufgefallen. Weil hier draußen komme ich selten hin. Dass da Goji-Beeren hängen. Im letzten Jahr waren auch schon ein paar dran. Ungefähr 15 Stück. Aber in diesem Jahr sieht das gar nicht so schlecht aus. Erstaunlich, dass die Vögel, die nicht gefressen haben, muss ja irgendeinen Grund haben. Oder haben sie auch Goji-Beeren im Garten? Lassen Sie mich mal wissen, wie es Ihnen damit ergangen ist. Würde mich ja mal interessieren. Oh, es läppert sich. Ups, da hat sich noch ein ganzer Haufen da unten versteckt. Wollen wir den auch noch holen. Oh, noch schöne große dran. Aber lassen wir mal die größte nehmen hier. Die ich hier habe. Und wir testen, wie die schmeckt. Tja. Wie eine Goji-Beere. Aber vielleicht schmecken sie ja getrocknet wesentlich besser. Hier unten hängt nochmal jede Menge dran. Die nehmen wir auch noch mit. Ist ja erstaunlich, dass auf der Sonnenseite keine einzige. So gut wie keine einzige davon hing, alles nur hier, wo Schatten ist. So, ich glaube, das war es. Meine diesjährige Goji-Beeren-Ernte. Also, verglichen mit dem letzten Jahr, hat sich das locker schon verzehnfacht hier. Also, ich muss ja sagen, so roh, auch wenn sie ja gesund sein sollen, also so roh schmecken sie nicht. Vielleicht sollte ich sie mal trocknen. Die lege ich jetzt auf den Ofen. Dann gucke ich mal, was daraus wird. So die größten und die kleinsten. Also, man sieht, man muss nicht nach China fahren, um Goji-Beeren zu ernten. Nur satt essen kann man sich von dem Häufchen nicht. Okay, zurück nach Deutschland. Boah, hier fühle ich mich doch wohler. In Deutschland. Also, war jetzt nur so eine kleine Episode. Man muss nicht weit reisen, um Goji-Beeren ernten zu können. Geht auch hier nur satt essen, wie gesagt. Geht davon nicht. Goji-Beeren aus dem eigenen Garten. Vielleicht die exotischste Ernte, die ich in diesem Jahr eingefahren habe. Also, getrocknet sind dann vielleicht mal. 10 Gramm, aber sie sind aus dem eigenen Garten. Okay, nur so eine kleine Episode, was hier im November noch zu holen ist. Wer mehr wissen will, neulich im Garten.de, slash Blog, YouTube-Kanal, R-Hase, jede Menge mehr davon. Alles, was mit Selbstversorgung zu tun hat. Mit einem interessanteren Leben. Abonnieren, weiterempfehlen. Bis dann. Tschüss. Ich bin Sie hier nicht am verarschen. Einfach schlichte, wahre Realität. Bist am realität Hamilton im Hinblick auf. losher Mannes gehen nach unten nach links. Ausatmen. Woonchen. Ausatmen. Ausatmen. Vielen Dank.